Willkommen zu Nerf. Ein Spiel wie Wahrheit oder Pflicht, nur ohne die Wahrheit. Watcher zahlen, um zuzusehen. Player spielen, um Geld und Ruhm zu gewinnen. Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Watch Player? Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Ich bin nämlich gerade zusammen mit Max an der Nordsee und wir machen ja wirklich sehr gern Challenge-Videos und wir haben jetzt gedacht, wir bringen das mal als Nerf-Player auf ein komplett neues Level. Nerf ist für diejenigen unter euch, die das nicht wissen, ein Kinofilm, der am 8.9. rauskommt und da geht es grundsätzlich darum, dass man ziemlich verrückte Challenges macht, was ja eigentlich voll unser Ding ist. Du, ich kriege hier gerade eine Nachricht. Wow, besorg dir ein Katzenkostüm und ziehe es an. Für 100 Dollar. Oh, 100 Dollar? Wo soll ich hier ein Katzenkostüm herkriegen? Gut. Ein Katzenkostüm? Da haben wir ein Katzenkostüm. Soll ich es annehmen? Ja, natürlich, Digga. 100 Dollar. Okay, dann zieh ich mich jetzt mal um. Ja, schmeiß dich mal in dein Kostüm. Katzenkostüm. Ich ziehe ja gerne Kostüme an eigentlich. Ja, auch Katzenkostüm. Erste Challenge. Wenn man noch Cash dafür kriegt. Also, zieh an. Genau. Spass. Hey, Buntkatze. Oh, hier so Katzenohren, Augen. Beste Katze an der Zeit. Natürlich, magst du. Okay, wollen wir rausgehen? Ja, lass uns gehen. Nice. Boah, übelste Scheißwetter, Alter. Jungen. Aber egal, ey, wir haben Challenge geschafft. Erste Challenge geschafft, ja. Das war ultra nice. Lass feiern. Challenge geschafft. Okay, warte, vielleicht haben wir noch eine neue. Die haben wir jetzt gerade. Warte. Ach du heilige Scheiße. Soll ich annehmen? Ja. Okay, ich nehme an. Lass hingehen. Let's go. Okay, nice, Alter. Da vorne ist eine Mauer, da könnten wir theoretisch jetzt hochklettern. Ja, auf geht's. Boah, okay. Dann kletter ich da jetzt mal drauf. Dann ist die Challenge schon fertig. Nimm du mal das Handy, warte. Okay. 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 Luth. Kletter, kletter. Oh, ich bin oben. Haben wir es geschafft? Ja. Entspannt. Oh. Top, Leute. Junge. Da oben ist Luca. Challenge bestanden. Challenge bestanden? Challenge bestanden. Check. Junge, korrekt. Jack and Jones. Noch mal oben. Junge, ich sitze jetzt hier oben auf meine Mauer drauf. Puh. Alter Schwede. Ey, Luth. Ich bin hier einfach wegs... Ja? Ich kriege auch eine Challenge. Was hast du, Feiner? Sekunde. Rette deine Katze mit der Hilfe von Passanten. Akzeptieren? Nee, oder? Alter, halt so nett. Ja, komm, krieg's hoch. Sonst bleibst du da oben. Okay, akzeptieren. Alright. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen, wie Sie vielleicht gesehen haben? Meine Katze ist auf dem Baum. Du kriegst sie nicht runtergelockt. Vielleicht funktioniert das mit Keksen, wenn sie so nett wären. Bitte, Katze. Willst du für Kekse kommen? Komm. Oh je. Na, das sieht nicht so gut aus. Vielleicht ein bisschen höher halten. Bisschen höher halten. Miau. Okay. Also, ich will sie nicht in Gefahr bringen. Ich hab die es nicht gewählt, runterzukommen. Hm. Sieht schlecht aus, ne? Mit der Katze. Mädels, ihr habt Wasserpistolen. Mir wurde gerade angeraten, meine Katze, die ist da oben, mit einer Wasserpistole abzuschießen. Lutz, komm runter oder die schießen auf dich. Alter. Ey, 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 ey. Warte, du musst auf dich. Komm runter. Komm runter. Oh nein, nein, nein. Er geht nur noch weiter zurück. Er geht nur noch weiter zurück. Lutz, komm runter. Nein. Hört auf. Ah, hey, hey. Okay, Leute, stopp, stopp. Das bringt nichts. Er hat sich nur noch fester festgenommen. Ich versteck mich gerade hinter der Mauer auf die. Ich bleib jetzt vor dir. Oh, verdammte Scheiße. Ah! Okay. Ey. Hört auf, hört auf, sonst kommt er gar nicht mehr. Miau! Er ist richtig sauer jetzt. Komm runter. Okay, Jungs, ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, was hier abgeht, ne? Meine Katze rastet komplett aus. Und ich habe keine Ahnung, wie ich sie herkriege. Lutz, Katze. Komm runter. Halt's Maul. Also wirklich, ich bin hilflos. Vielleicht isst ihr euch aus der Hand oder so. Ja, du kannst aus der Hand von dem Mann essen. Lock sie runter, lock sie runter. Immer so ein bisschen näher, ein bisschen näher. Komm schon. Oh! Miau! Kennen Sie sich mit Katzen aus? Max fragt gerade unten die ganze Zeit irgendwelche Menschen. Was? Egal. Hält euch irgendwas an, ob die sich mit Katzen auskennen. Meine Katze war nicht. Aber ich mache es dir wirklich nicht leicht, ey. Lutz! Miau! Kennst du dich mit Katzen aus? Ich bin halt leer gestiegen, Katzen, aber ich kann es noch probieren. Okay. Diese Katze... Oh! Ja! Ride, ride, ride! Ride, ride, ride! Kiss me, you know that you miss me. Get on the bike and go. Ride it like you stole it. So, Leute, wir suchen jetzt mal Lutz, weil der ist mir gerade abgehauen. Und wir sind hier im Park. Das ist eine seiner bevorzugten Ecken, der Park hier. Und ich gucke gleich mal, ob er sich irgendwie auf einen Baum verkrochen hat oder so. Und dann kann ich natürlich auch endlich meine Nerf-Challenge abschließen und mir meine Belohnung holen. Okay, wo ist er? Wo ist er? Bisher kann Lutz in Sicht. Lutz! Miau! Oh, ich höre schon was, ich höre schon was. Lutz! Miau! Lutz! Meine Katze, komm runter! Miau! Komm runter! Das war nicht böse gemein mit dem Wasser vorhin. Wirklich nicht. Bitte komm runter! Nein! Ich schaffe es alleine nicht, Leute. Ich brauche wieder Hilfe. Also, ich suche mir jetzt Hilfe, Leute. Da vorne sehe ich jemanden. Meine Katze ist auf dem Baum. Du kennst dich bestimmt gut mit Katzen aus, oder? Nein, aber okay. Du kannst einfach mal vielleicht hingehen und ein gutes Wort einlegen und sagen, Lutz. Lutz heißt die Katze. So, Lutz, komm runter. Lutz, bitte. Dieser junge Mann würde gerne mit dir reden. Bitte, probier es einfach mal. Willst du mich mal runterkommen, Lutz? Ja, okay. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Okay, komm, Lutz. Soll ich? Lutz, ja, bitte. Ich weiß nicht, wie ich mich abschütze. Ich will zu dir. Du schaffst. Ich will zu dir. Lutz, fallen in meine Arme. Wir haben es geschafft. Wir haben die Challenge geschafft. Challenge geschafft. Check. Wiggy, wir haben es geschafft. Alle drei Challenges. Danke dir nochmal, dass du es mir so leicht gemacht hast mit der Katze gerade eben. Das war echt ein bisschen, für mich selber war es auch schwierig, allein den Baum runterzukommen. Aber ich habe es dir schon echt schwer gemacht so als Katze, oder? Das hat man gemerkt, ja. Und hast du, ja. Ich habe es dir auf jeden Fall. Aber egal, wir haben heute drei Challenges geschafft. Das nächste Challenge-Video kommt bei Max auf dem Kanal. Das ist unten verlinkt. Und was auch unten verlinkt ist, ist eine Twitter-Umfrage, wo ihr zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten entscheiden könnt, was wir im nächsten Video machen sollen. Das heißt, checkt das auf jeden Fall mal aus und sonst war es das jetzt vom Video. Ja. Macht's gut. Ciao. Das war es jetzt hier vom Video, meine Damen und Herren. Wenn ihr noch nicht genug kriegen könnt von Challenges, findet ihr hier einmal das Video von Kelly verlinkt. Und am 24.8. kommt auch noch hier verlinkt das Video von KSFreak. Sonst würde ich sagen, der Kinofilm-Trailer ist in der Beschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.